Wie ist Leute? Hinter mir seht ihr Frühling im Park und ja, das zeige ich euch ein bisschen das Gelände, wo ich jetzt schon seit zweieinhalb Tagen am Start bin. Also, lasst es runtergehen. Ja, das ist meine Bühne seit heute. Gestern war ich auf der anderen Seite, kann ich euch ja auch noch zeigen. Und ja, hier Frühling im Park. Seht's ernst. Ja, hier sind ein paar Denkstände und geile Eisdiebe. Ja, ist auf jeden Fall gemütlich. Ja, ich würde sagen, wir checken einfach mal, dass Geländer nicht schnappt. Ja, ich würde sagen. By the way, bestimmt findet ihr mein Shirt. Hashtag J-R. Schön im Hashtag verbreiten wird er. Hier gibt's ja immer ordentlich was zu saufen. Ja, jetzt sind wir mitten im Labyrinth. Komm, wir gehen mal durchs Labyrinth. Ich weiß gar nicht, wie man reinkommt. 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 Ja, jetzt wird's spannend. Ich weiß gar nicht, wie man reinkommt. Ich weiß gar nicht, wie man reinkommt. Das sind die viel krasseren Musiker, die haben es richtig drauf. Das sind die viel krasseren Musiker. Das sind die viel krasseren Musiker, die haben es richtig drauf. Ja Leute, also von meiner kleinen Gage dachte ich mir, ich muss Inski mal ein bisschen Konkurrenz machen. Ich würde sagen, es reicht mir, ich hau ab. Hier ist der Autoschlüssel, man sieht es nicht. Und natürlich nicht zu vergessen, liken, abonnieren, mit Freunden teilen auf Facebook, Social Media allgemein, sonst wo. Ganz wichtig, dass wir unsere Community aufbauen, oder? Also, macht was.